This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Tournament Tag Tag 4, Buff Booster, 4 Sterne, kein Gelb Mein erster Gegner ist Bruno Zwei Junites, drei Lilane in der Mitte Also bin ich hier auch mit Blau reingegangen Aber, ja, vom Blau sehen wir sehr, sehr wenig Ähm, spiele ich erstmal Grün an So Hier, Glubschauge von den Sticks, ne Und gucken, wann der auslöst Ich habe noch zwei weitere lila Matches Aber die werden mir auch nicht sehr weiterhelfen Wir können jetzt erstmal Grün auf der rechten Seite spielen Weil er wird jetzt mit einem Charge auslösen Wenn ich jetzt Grün da rein spiele Vielleicht löst er dann mit einem zweiten Charge aus, das will ich nicht Okay So Jetzt kann ich Grün spielen Ja, das ist schlecht Ach, Mann, ey Annabelle ist fast down Ach, shit Entschuldigung Gut, wir können jetzt Blau spielen Hilft uns halt auch nicht weiter, ne Weil Hier passiert halt zu wenig mit dem Board So, ich kann jetzt nochmal lila spielen Aber Er löst jetzt schon mit einem zweiten Charge aus Widow löst aus Also, das ist verloren Ich kann da nichts gegen machen Auf keinen Fall Okay, nice So, Siegert löst aus Wir spielen hier erstmal blau Ja Ist natürlich zu spät jetzt für alles, ne Ach, Mann, ey Ja, gucken wir, dass wir den Clown da mitnehmen Klubschauge kann abhauen hier Hat er überlebt, natürlich Gut, dann spielen wir hier mal eine nette Combo rein Ja, er muss natürlich wieder auslösen Auf Sonja wahrscheinlich Ne, okay Sonjas Auto hit Dead Na, immerhin So Ey, ich hab hier zu wenig Blau, Alter Ja, scheiße Jetzt ist mein letzter Damage-Dealer auch da Weg Auf Sabina Ihr müsst auf Sabina, Alter Stopp Okay Ich kann lila hier wieder vorbereiten Ja Ja, damit mach ich mir jetzt natürlich mein blaues Match kaputt Aber was soll ich machen Ey, ich hab hier Ich hab hier rotes Todes, Alter Ach, Mann Ja, weiter geht's hier in Riga drein Ey, ja, das war's Das ist Da kann ich nichts gegen machen Das ist Quatsch Also da kann ich mir auch keinen Vorwurf machen oder so Hier kommt nicht mal richtig Blau nach, also Schade Schade, 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 aber Ähm, gleich am Anfang zu verlieren ist ja Das ist Mist Bin ich jetzt raus? Ich weiß es gar nicht Ne, bin ich nicht Okay So, nächstes Match Mal gucken, ob das jetzt besser läuft Ich hab das Team genauso gelassen Die einzige Scheiße ist halt Dass meine Sonja keine Wappen hat Nicht Limit Broken ist, aber Ähm, ja Daran hat es eben definitiv nicht gelegen Ich hab das Beste draus gemacht Okay So, dann spielen wir nochmal Lila und Sabina Ja Da kann nämlich viel passieren Okay, Blau, nice Nochmal Blau Dann haben wir hier eine nette Kombo Ja, gut Das hat ja schon mal was gebracht Gucken wir mal, ob wir Den Zombie hier legen können So, der hat schon mal kein Heal mehr Dann machen wir das so Dann verschwinden schon mal ein paar Rot-gelbe Steine Okay, Lila auch noch Nett So, Sabina reicht auf jeden Fall Okay Okay, Wilbur hat widerstanden Aber wir haben Blau Steine unter ihm Weg ist er Okay So, dann lassen wir hier Rot verschwinden Dann Drei blaue Seichen auf jeden Fall Und das mag es auch schon gewesen sein Ja Das machen wir so Und der eine Blau Stein Okay Wow Er hat das überlebt Na gut Dann halt so Meine Minions machen das Ne, mein lila Stein macht das Sehr gut Auch hier werde ich mein Team so lassen Werde ich nichts ändern Wir haben ein paar blaue Steine Aber sehr verteilt Also werde ich erstmal offensichtlich blau Spielen So Ja, toll Jetzt passiert hier mal ein bisschen was Okay So Das Problem ist jetzt Tibirtus wird jetzt auslösen Ich habe lila nicht ready Auch keine Tag ab Wie viele haben hier Auto-Attack Gar keiner Ja gut Dann könnte ich ja auch Nochmal blau spielen So Die rechte Seite ist die gefährliche Seite Ja Ja Das ist mein Aus Definitiv Ja 15% Alter 15% Und du willst mir jetzt erzählen Dass er jetzt nochmal ausweicht Oder was Ja Ich würde es gerade sagen Ja Annabelle ist weg Ja Ja gut Das muss ich so hinnehmen Sonja ist ein Opfer Also Jedenfalls meine Sonja Allgemein ist sie kein Opfer Aber Meine Sonja ist ein Opfer Kannst du in die Tonne kloppen Aber habe ich auch selber Schuld Also Ja Das ging schnell So Auch das habe ich verloren Sehr gut So Nächstes Match Ich habe mich jetzt eingekauft Ja Einfach mal mit so Rot rein Weil die wenigstens Alle Wappen haben Und alle Limit broken sind So Ich meine Hier wird ja auch Siegert und Sabina Werden nach außen gestellt Also Wenn ich das jetzt auch Verliere Dann weiß ich auch nicht weiter Ganz ehrlich Okay Riga steht außen Alter Und die Kombo Geht nach außen So Zwei sind ready Ey Also Tibeto Werde ich auf jeden Fall Jetzt hier legen Jetzt reicht's Lebt immer noch Okay cool So Jetzt ist er weg Jetzt können wir da extra Reinspielen Ist egal Kann sowieso nichts machen Reinspielen Okay Dann kann ich Blau Verschwinden lassen Erstmal So Ich lass hier Blau Verschwinden Jetzt So Und dann Ist Aho Tab Auch weg Und jetzt muss ich Erstmal Lila Ghosten Und es reicht nicht Also spiele ich hier Weiter Und warte Und ich warte Und ich warte Weiter Jetzt hab ich mal Lila Okay Erstmal heilen wir Dann Sabina Dann kann er nichts mehr bekommen Wenn er jetzt nicht sowieso stirbt Hat überlebt Die gute Sabina hat überlebt Na immerhin Cosina Tank Lass ich so mein Team Und ich hab auch gleich Direkt vier Steine Das ist ja wohl mehr als geschenkt Ja hier Hier bräuch ich nicht viel machen Also Das war jetzt geschenkt Ne Junite sollte alleine schon durch die Durch die Steine sterben Okay So Alles klar Jetzt hab ich hier halt Nichts mehr Viel Grün Gelb Blau Lila will ich ja eigentlich gar nicht benutzen Ne Aber Ich werd jetzt einfach mal hier heilen Weil wir den Diamanten dann benutzen können Ja da warten wir jetzt halt mit Sabina Dann kann ich jetzt wieder disbellen Okay Annabelle zuerst Sabina weil wir es können Damit ist die Lile schon mal weg Und jetzt muss ich nur noch so zusammen bekommen Okay das Lila Match Sollte sie legen Denke ich Ja Okay das war ein beschissener Tag Ne Das kann ich so sagen Ähm Verteidigung Ist auch shit Aber Halt C Ne Gibt wenigstens ein bisschen Punkte Vielleicht kann ich mich in die 5% ja retten Keine Ahnung Mal gucken Ähm Ich hoffe bei euch lief es besser Und Danke fürs Zuschauen Vergesst nicht zu liken und subscriben Und Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal